Weltschmord ist. So. Ohne Witz, Alter. Was geht denn bei diesen Kindergartenkindern? Du siehst ihn teilweise nicht mal. Guten Morgen, liebe Sorgen. So behindert die Map. Ja. Irgendwie ja schon. Ich seh ihn, ich... ach... Fotze, Alter. Ich glaub's wieder nur auf YouTube hoch, weil ich wieder so schlecht bin, ey. Ich versteck' Tanzverbot. Ach, besser als Tanzverbot, ich kann wenigstens was. Ja, hab ich gemerkt, danke für den Hinweis. Oh, ich hab mal geholt, Alter. Erste Runde und direkt wieder solche Pussys. Und da sind diese Pussybienen, Alter. Ja. Ey, ich hab das immer noch vergessen, dass ich das auf Q wieder umlegen wollte. Ich mein, welcher inkompetente Praktikant legt das auf E? Habe ich jetzt ernsthaft einen mit der EMP-Gradlatte geholt? 150 für EMP? Kill? EMP Assist. Ach so. Aber dann 150 für den Assist? 50 für den Assist und 100 für den Nade-Kill. Ach, schwul. Das ist das zu glauben, als hätten wir da auf mich gewartet. Was? Von wo? Haben? Die haben noch keine Hobbys, Alter. Ohne Witz, diese Map ist sowas von für Behinderte. Zum Glück habe ich gerade keine Klingen hier oben. Sonst würde ich den Entwickler dieser Map besuchen gehen. BAM. Einfach geholt. es geht mal in den folgern einfach mal Schlitz machen weiße Schlitz aufritzen sich umbringen ich meine, vielleicht bekomme ich dann so mal endlich Freunde ja, Emos bekommen so aber auch Freunde ja sowas für Leute, die sich die Eingeweide rausreißen für solche Leute ist diese Map ohne Witz du willst auch noch mit Aufnahme jetzt hält der Herr sich für was Besonderes das muss doch auch noch eine Runde rum ragen das geht dir den Bildo eigentlich schon ohne Witz ey ne aber der vibriert immer so stark nicht moin moin im wahrsten Sinne des Wortes um zwölf Uhr ich sollte mich noch mal aufhängen gehen ey, damit ich noch eine Runde kennen kann einmal sag mir noch einmal und ich fragte einmal du willst doch nur, dass ich es wiederhole weil du es so lustig findest no scheiße, du kennst dich zu gut jetzt mach ich auch eine Aufnahme von äh Double Peace Leute was geht ich hab mal wieder ne Beschwerde und es war immer diese behinderte Map alter und wenn ich versage zerstör ich persönlich meinen PC weil ich keine anderen Map ach ähm wie glaub ich das über Auswort ach schon wieder Nuketown nochmal diese behinderte Foxen Map oh mein Gott nein doch die solltest du mich umbringen ja solltest du ich versteh das nicht warum ist jede zweite Map aus Call of Duty so behindert gemacht und warum ist die überhaupt so ein Kult bei der Map kannst du dich ja hängen gehen ey aber die äh die jetzt das jetzige Nuketown also die hier die find ich auch nicht so toll aber die aus B1 vernehmen am geilsten ist doch fast eigentlich so eins dieselbe naja das Design ist anders das Design ist anders aber hat ein richtig Map ist dieselbe naja hier irritieren einen diese schwulen Pixel eher also mich zumindest ja das ist wohl das dahinterste an der ganzen ja komm Papa bist du gestorben wo bist du denn gerade eben oh hallo teammate ja schön schön dass wir dich gesehen haben seit wann kann man eigentlich Hitmarke in Hardcore verteilen keine Ahnung keine Ahnung aber ich mein jetzt am Abend weil es hab ich auch teilweise gut aber das gute ist ja wir haben jetzt 12 Uhr denn die Nachbarn sind eh entweder wach oder am arbeiten oder sonst was wenn man ausrastet darf man jetzt nochmal schreien nicht wie nachts um 3 weil wir ja sonst keine Hobbies haben so siehts nämlich aus so siehts nämlich aus dieser Luftgefichte dumme Hure und von wo denn Level 26 du ja du ja so jetzt reicht's jetzt weißen wir mal die Ärsche auf mit ein paar Nahkampfstacheln aber wir versuchen jetzt mal zu snipen in Black Ops 3 oh mein Gott Alter ich bin 13 Jahre alt das ist ja schlimmer als diese behinderte Unreturned denn ich bin 13 Jahre alt ich will Unreal Tournament spielen ich will Unreal Tournament spielen oder was meinst du ja genau diesen ah ok ich will Unreal Tournament spielen ich bin 23 Jahre alt ich bin 14 Jahre alt auch bing 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 ja komm einer perfekten Warbell hätte doch besitzen müssen blockt man nicht wenn ich eins an der css an der call of duty community hasse ist wenn man hardcore spielt dass die team jetzt sich selbst killen das ist gegenseitig unter anderem da war in einem schockmoment habe ich ein teammate gekillt und wurde rausgeschmissen scheiß spiel bis zum nächsten video halle lahn peter cooler so Vielen Dank.